willkommen zurück bei dead by daylight immer noch mit jane immer noch versuche ich das achievement zu schaffen ich könnte mich natürlich auch franz style im schrank verstecken ciao kakao oh gott ich renne ins leere sichtlinie brechen mama mich wollte sie jetzt die andere ist aufgestanden ist schon mal gut und liegt schon wieder miese nummer das war jetzt mal nicht so ein guter ich muss jetzt erstmal hier ganz chillig bleiben und dann mache ich erst mal dieses totem hier weg nervenkistel der jagt kriegt sie jetzt bescheid dass ich hier dran sitze ich hoffe nicht gott dauert es ewig fuck ey schaffst nicht mehr vor der zweiten harten phase gott jetzt hat die nachgeladen das muss ich nutzen schnell heilen schnell heilen schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das gut wo ist denn die alte ist ja immer noch ein totem leute 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 oh das fasst aus hier das ding oh die ist dran Ah, okay, jetzt ballern wir mal. Kommt die, oder was? Oder geht die retten? Wo ist sie denn? Ist sie gegangen? Oh, der MS-Engine. Boah. Das war ein knappes Kistchen. Jetzt krieg ich wahrscheinlich so eine. Shit. Leute. Mann. Gott, ich dachte gerade irgendwie schon, hier ist der Keller. Dabei hing ich hier vorhin schon mal. So, wo sind denn alle Johnnies? Achso, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts. Ich bin blind. Aha. Offensichtlich da hinten. Super. Heile mich. Ich sehe mal noch nichts. Okay, wir sind dann leider irgendwie alle tot. Aber ja, Kepp muss den John machen. Das ist immer noch Ruin. Dir gefällt es mir nicht. Ich fahre es jetzt einfach mal in die Richtung ab. Ich möchte eigentlich das Totem finden. So. Komm mal, das ist mal meine Aufgabe hier. In der Totem-Detektor. Komm her. Ich heil dich. Oh, das ist ungünstig. Alter, jetzt will sie ja alle down. Nee, sie hebt sie auf. Sehr, 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 sehr ungünstig hier. Boah, mies. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Okay. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Das ist die Alte. Mist. Bin ich mehr da? Irgendwie hat sie mich verloren. Gar ne Ahnung wie. Gehen wir mal hier rein. Laden mal frontal auf. Jetzt wird die gejagt. Gehen wir mal da hin. Gucken nochmal da das Midi-Pack an. Da ist auch nichts mehr dran. Ei. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, sie hat nicht gehört. Sie ist auch laut. Warum mache ich so was Dusseliges? Ob wir das jemals mit Jane schaffen werden? Dabei sind ihre Pöks ja gar nicht so schlecht. Aber natürlich brauchen wir ein bisschen Skill, ne? Sonst wird das alles nix. Na gut. Okay. Gucken wir mal, was sie für... Also sie hat den Erfenkitzel der Jagd. Ruin. Dann hat sie ja noch irgendwas. Irgendein Fluchtotem. Hier. Ah, Wiegenlied noch. Alter, lass. Da war die ganz schön auf Totems aus, ne? Was ist das hier? Okay, verstehe. Na gut. War trotzdem eigentlich ganz spannend für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Er, wie soll. Vielen Dank.